Herzlich Willkommen bei S1 und S1 BAU TV. Wir stehen heute wieder einmal auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz und schauen uns die Veränderungen an. Es wurde eine Zufahrtsrampe gebaut, so dass die Kurzzeitparkplätze verlegt wurden auf den Bereich des neuen Technikgebäudes. Und hier wurde die Baustelle in Einrichtungsbleche erweitert. Hier wurde die Baustelle in Einrichtungsbleche erweitert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020